So Leute, neues Format und wir haben Bergfest. Ich stelle euch mal hier ein neues Format vor. Liga Insider Hot Takes, unser Community Check-In. Let's go! Ich bin Kesse, euer Liga Insider und wenn ihr gerade das Video hier schaut und denkt Liga Insider, mag ich, habe ich aber noch gar nicht abonniert, ist nur ein Klick, würde uns halt mega freuen und damit gehen wir rein ins Video. Heute hole ich nicht irgendwen auf die Bühne, sondern euch, die wahrscheinlich geilste Community, die jeden Tag hier für Bundesliga brennt. Was ihr dafür tun müsst, ihr geht einfach nur auf die Seite, LigaNZider.de, schaut euch mal die Meldung an und gebt euren Senf dazu. Und mit ein bisschen Glück landet ihr hier bei mir im Video und damit starte ich mal in die erste Meldung. Yes Sir, wir starten mit der Anfrage aus München. Ja gut, das Telefon klingelt da glaube ich nicht erst seit gestern. Unsere Meldung dazu. Thar lehnt Verlängerung bei Bayer ab, Kontaktaufnahme aus München. Und unser User Athred knallt direkt einen Hot Take raus. Thar wird überbewertet, das Team Leverkusen lässt ihn gut aussehen. Bei Bayern währt er einen Flop wie die anderen Verteidiger. Finde ich schon mal hier richtig geil von Athred, der haut hier direkt mal was raus. Statistisch, Athred mein Bester, würde ich gegen dich halten. Und zwar, er hatte die beste, Jonathan Tharcombe, der besten Passquote der letzten Saison. Zweitbester Luftkämpfer auch der Liga und einer der saubersten und schnellsten Spieler auch der vergangenen Saison. Gladbach Spiel 1 hat er da auch direkt weitergemacht, richtige Top-Werte. Wo ich aber mit Athred gehe, er profitiert natürlich von der eingeimpften Alonso-Dominanz und spielt natürlich da in dem Konstrukt leichter mal einen sicheren Pass, das gebe ich dir auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, der Typ macht halt auch kaum Fehler. Der hat einen Fehler vor Gegentor bei 34 Bundesliga-Games. Also das ist wirklich krass. Aber der Abschlusssatz, wäre das ein Flop wie die anderen Bayern-Verteidiger? Das würde ich mal als Frage hier stellen an euch. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Finde ich hammerspannend und hätte wahrscheinlich auch eine eigene Folge verdient. Wir cruisen mal weiter hier nach Dortmund ins Teamtraining mit dem Adverb teilweise. Denn Sehu Girassi ist schon teilweise im Teamtraining. Das weiß auch unser Harry Pöhler. Er schreibt, zweieinhalb Wochen sollten doch für ein paar Minuten gegen Heidenheim reichen. Oder, und Harry, da bin ich komplett bei dir, zweieinhalb Wochen müssen reichen, sag ich. Der Ersatz war Adeyemi, haben wir gesehen, im Spiel gegen Frankfurt. Der hat klar wenig Bälle bekommen. Der hat sich dann auch irgendwann versucht, die Bälle aus dem mittleren Drittel selber zu holen, dann progressiv anzudribbeln. Aber da fehlten einfach die Automatismen. Und das hatten die Offiziellen ja auch schon quasi im Prolog zur Saison vom BVB gesagt, dass hier noch nicht die Automatismen sind, dass wir hier Geduld brauchen. Und deswegen braucht es jemanden, den man in der Box auch gut anflanken kann. Und das ist definitiv für das Offensivspiel vom BVB. Sie brauchen Sehu und sie bekommen Sehu. Und ich bin mir ganz sicher, der startet gegen Heidenheim. Und das ist am Freitag, den 13. Und das könnte ein richtiger Gruseltag für alle Heidenheimer werden. Die sollten schon mal die Scheune vernageln. Ansonsten werden da einige Bälle ins Tor reinfliegen. Da bin ich mir sicher. Dritte Meldung. Einigung erzielt. Kosunu lockt es nach Bergamo. Und Bert Ohill zieht hier nochmal Bilanz. Er sagt, in Kurzform, denen haben sich die Leverkusener teuer geholt. Der hatte einige Böcke drin und wurde schon von vielen verschmäht als Flop. Was machen die Leverkusener? Sie machen aus ihm einen gestandenen Innenverteidiger. Einen richtigen Ankerpunkt im Spiel, der sie dann auch zur Meistersaison führt. Zumindest die Hinrunde, die hat er richtig stark gespielt. Das bestätigt uns hier auch Bert. Und ja, alle Kritiker auf jeden Fall Lügen gestraft. Sein Markt wird auch nochmal abgelevelt. Und Bert kritisiert die Rückrunde. Möchte ich ihm hier auch akkreditieren. Hat mir auch nicht gut gefallen. Ich nehme da auch nochmal das Musterspiel bei West Ham. Da war er ein absoluter Unsicherheitsfaktor. Das muss man hier auch wirklich anbringen. Und insgesamt hat Leverkusen ihn aber auf ein Top-Niveau geführt. Vielleicht hat er auch über sein Potenzial gespielt. Aber er zeigt auf jeden Fall, was möglich ist. Leverkusen hat schon in der Vorbereitung nicht so mega richtig mit ihm geplant. War jetzt auch nicht im ersten Spiel dabei. Und von daher ein 30 Millionen Gesamtpaket nimmt man hier gerne nochmal mit aus Bergamo. Kam für 23. Also hier Win-Win für die Werkself. Und die letzte Meldung. Spannender Mann ist auch er hier. Armin al-Dakil. Und der kommt mit. Das ist der Belgier hier mit Wurzeln im Irak. Daher auch der arabische Name. Und man holt hier jemanden neuen, der genauso wie Ruho auch verletzt ist. Zagadou ist auch noch nicht fit. Was will man mit dem? Aber da ist Kaiser Quanz. Ist auf jeden Fall da. Hilft mir. Er sagt, Stuttgart plant auf lange Sicht. Soforthilfe war nicht der Grund des Transfers. 7,5 Millionen Ablöse für einen Spieler mit 12 Millionen Mark wert und Entwicklungspotenzial macht wirtschaftlich einfach Sinn. Und anscheinend ist das Vertrauen in Chase, Stiller und Co. hoch genug. Ja, finde ich geil. Also danke erstmal an den Kaiser. Hier eine kleine Wirtschaftsstunde mit dem VfB. So, aber die Stuttgarter, die mussten ja gestern trotzdem ran in Preußen Münster. In Münster ging es um den Pokal. Und ja, da gab es neben Chabot einen IV. Den hat Kaiser Quanz auch hier schon revealed. Und finde ich, ist ein ganz spannender Mann neben Chefmeister Chabot. Den schauen wir uns an im Factcheat. Yeah, Factcheat-Time. Und jetzt endlich mal hier Premiere auf dem Main-Kanal. Und zwar mit Henri Chase. Der hatte es bei uns gar nicht in den Talentschuppen im VfB-Teamcheck geschafft. Den hole ich jetzt umso mehr raus. Denn der kommt hier, wie Frank Buschmann sagen würde, from nowhere vom Parkplatz. Und ja, sechs Minuten Testspiel. Bilbao gezockt davor. 32 Minuten San Fretze. Und Kyoto auch eine gute halbe Stunde. Also der war in der Vorbereitung. Hat er mit seinem kleinen Afro schon mal auf sich aufmerksam gemacht. Und ein bisschen Vorbereitung gezockt. Und in Freiburg kam er beim 1-3 auch ins Spiel. Kam da in der 65. Minute für Pascal Stenzel. Und ich habe mir das realtaktisch nochmal angeguckt. Der kam dann, hat sich so ein bisschen reingeschlängelt in die RIV-Position. So sah das nämlich aus. In der Mitte dann mit stiller und linker IV war dann Chabot. Also kann sich hier als schnelle Soforthilfe entwickeln. Also der hat innen auf jeden Fall verteidigt. In den Minuten, die er gesehen hat bisher. In der Bundesliga habe ich mir das angeschaut. Da war er passsicher. 21 von 21 Pässen angebracht. Also 100 Prozent. Das hat Hoeneß glaube ich so überzeugt, dass er jetzt auch im Pokal dann ran durfte. Und ja, beim 5-0 gegen Preußen Münster. Da hat er es auch ordentlich gemacht. Und darf sich hier ernsthafte Chancen auf einen Startplatz zu Hause gegen Mainz machen. Also er ist erst 20 Jahre. Und Hoeneß liebt ja auch diese jungen Spieler auszubilden. Also wir haben hier auch richtig geiles, positives Entwicklungspotenzial. Ich gehe nochmal kurz auf die Pokal-Stats ein. Da gefiel er mir nämlich auch richtig gut. Luftkämpfe 80 Prozent, 4 aus 5. Passquote 90 Prozent. Und war viel im Spielaufbau beteiligt. Da auch mit 92 Touches. Also ein richtiger Sicherheitspol hier. Downside ist ja klar. Die Konkurrenzsituation haben wir auch jetzt schon hier in der VA-Gruppe gesehen. Die stellen hier auch erst nochmal Keitel vor. Chase finde ich spannend. Der ist auf jeden Fall ausgeruht da. Hat gestern aber auch 0 Minuten gesehen. Also Spielrhythmus hat er auf keinen Fall. Und deswegen schmeiße ich meinen Hut auch nochmal da in den VA-Chat und sage, der startet. Konkurrenz haben wir angebracht. Auch wenn Ruho und Aldakiel zurückkommen. Aber hey, also wenn der sich jetzt reinspielt, kann der auch locker erstmal hier die Show rennen. Warum nicht? Ihm fehlt auf jeden Fall erstmal die Elite-Erfahrung. Das ist auch so ein kleiner Downsider hier. Ja, Bundesliga-Minuten. Die sind wirklich überschaubar mit den 25. Und der hat davor auch nicht wirklich gespielt. Der hat jetzt das Pokalspiel natürlich gemacht über 90 Minuten. Und davor hat er Stuttgart 2 ein Spiel gemacht. Hat er in der dritten Liga gekickt. Auch nur ein Spiel über 90 Minuten. Da ein Assist geliefert. Also wenig, wenig, wenig gespielt. Überzeugt mich jetzt aber schon. Aber dann auch die Mehrfachbelastung. Auch Champions League. Ja, viel, viel on the line hier für den VfB. Und was man auf jeden Fall braucht, ist am Wochenende ein Sieg. Für mich überwiegt hier aber die Upside. Deswegen gebe ich ihm auch 3 von 5 Sternen. Ich sehe hier ein positives Spiel. Ich sehe die sichere Passquote. Und ich sehe hier auch einen richtig krassen Marktwertgewinner bei KickBase. Ich blende euch hier mal unsere Top-Marktwertgewinner auf unserer Liga-Inseiter-Website ein. 184,3% steigt der hier gerade. Habe ich in meiner KickBase-Laufbahn auch noch gar nicht gesehen, dass es da sowas gab. Auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Mann. Und für mich auch hier schon die Frise der Saison. Ja, Leute, das war unser neues Format. Wie ihr in den Check-In kommt, das habe ich euch erzählt. Geht einfach auf die Liga-Inseiter-Website. Haut da einen geilen Kommentar rein. Ein geiles Hot-Take. Und dann landet ihr vielleicht nächste Woche hier auch bei mir im Check-In. Ich mache auf jeden Fall jetzt erstmal den Check-Out. Und wünsche euch einen richtig, richtig geilen Tag. Wir hatten gestern die meistgehypten Spieler. Ja, die haben wir hier. Dann hatten wir noch die Gewinner des ersten Spieltags. Die blende ich euch hier oben ein. Und mein Hype der Woche ist Chase. Und damit chase ich mich hier raus. Check-Out. Wünsche euch einen Schicken und sage Tschick.